UNTERTITELUNG Das hat nichts mehr mit Drecking zu tun. Es geht hier leid. Ob es jetzt nichts gibt. The Great Himalaya Trail. 1700 Kilometer zu Fuss durch das höchste Gebirge der Welt. Ein Weg wie das Leben selbst. Nooo! Ich weiss ja wiederum, dass ich so schwach bin. Ich weiss ja. Ich weiss ja. Ich weiss ja. Das ist die Scheffel. Das ist überwältigend. Wenn man es probiert, einen Traum zu verwirklichen, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, hätte man gewonnen. Maria Theresia Zwissigs bewegende Reise auf dem Great Himalaya Trail. Vielen Dank.